Sprach man Vera Nabokov darauf an, das Werk ihres Mannes sei von vorpubertären Mädchen ja dermaßen erfüllt, dass er selber von ihnen besessen sein müsse, wies sie auf all die anderen Damen bei Nabokov hin. Claire Bishop, die stolze Sina, Hamburgs Freundin Rita voller Kameradschaftlichkeit und Mitgefühl, die gütige Hazel Shade im Fallenfeuer. Und die Leser täten gut daran, in die Romanen ihres Mannes nicht ihre eigenen Gelüste. Und für Ethikkommissionen schreibe er nun einmal nicht. Hinterrücks war Vera meist noch widerspenstiger und rebellischer als ihr Mann V.N. Wladimir Nabokov. So blieben sie eins. Oft träumten sie in derselben Nacht das Gleiche. Von Vera übernahm Volodia, so sein Spitzname, oft seine Urteile über andere Schriftsteller. Und nachdem er in einem Interview ein halbes Dutzend Nobelpreisgrößen niedergemäht hatte, ließ Vera durchblicken, er hätte es so ernst auch wieder nicht gemeint. Hier waren für Vera alle seine Romane gewidmet. Sie handelte mit Stanley Kubrick die Summe für die Filmrechte an Lolita aus und für Ada einen Sondervertrag, wozu eine eigene Firma gegründet worden war, der allein sie vorstand. Als die beiden längst im obersten Stock des Palace Hotel in Montreux am Genfer See als Dauergäste logierten, schrieb Volodia seiner Verotschka Briefe von einem Zimmer zum nächsten und Karteikarten mit Nachrichten und kleinen Tintezeichnungen eines Schmetterlings. Nabokov wünschte sich ein Jenseits, weil er mit Vera zusammenbleiben wollte. Er konnte sich sein Todsein beim besten Willen nicht ohne sie vorstellen. Ihm wäre der Gedanke frivol und unannehmbar erschienen. Erst die Vergänglichkeit verleihe der Liebe eine tiefere Bedeutung. Für Nabokov galt das genaue Gegenteil. Zwei Dinge machten den Menschen seit jeher am meisten zu schaffen. Die Liebe und der Tod. Das Ende seines eigenen Lebens konnte der Mensch nicht fassen und gerade auch darum verlangte es ihn nach einer Liebe, die niemals zu Ende ging. Vera war sich jener Welt hinter dem Zypressenvorhang des Todes fast ebenso gewiss. Am Abend vor Volodias Tod 1977 sagte sie zu ihrem Sohn Mitri, als sie in Mitris dunkelblauen Ferrari vom Krankenhaus ins Hotel zurückrasten, lass uns ein Flugzeug mieten und abstürzen. Doch Vera überlebte Volodia um 14 Jahre. Jedes kam ihr wie ein halbes Jahrhundert vor. Sie überwachte die Übersetzung seiner amerikanischen Romane in der Hoffnung, ihre russischen Landsleute könnten nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums neuen Atem schöpfen in Nabokovs fröhlichem, befreiend unbefangenen Werk. Zwei Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer wurde ihre Asche mit derjenigen ihres Mannes auf einem Friedhof von Montreux bestattet, dem Cimetière d'Éclairons. Wie Sebastian Knight geschrieben hatte, die einzige wirkliche Zahl in der Liebe ist die Eins.